Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Heyday Farmen bewerten Heute war der neue Part am Schnitzel, heute war 5 neue Farmen am Start Die bewerten werden, in den Himmel loben, in den Dreck ziehen, ne Note draufklatschen von 0 bis 10 0 schlechteste, 10 beste Wir fangen an mit Farmen von Mzudrin Ich hab echt versucht den Namen gut auszusprechen Aber Mr. Erdin wahrscheinlich, irgendwie so Ja, Farmen von ihm, der Icecut drin Ist natürlich hier ein richtiger Bestärkungsversuch, wo wir nicht drauf reinfallen werden Denn jeder weiß ja, dass die Icecut zu meiner Lieblingsdeko ist Aber nein, da werde ich nicht drauf eingehen, Mr. Mz. Erdin Auf keinen Fall Ja, ansonsten, Tiere geordnet Hat sogar die Hunde und Katzen dabei stehen Kleines Detail hier, was das hier sein soll, weiß ich nicht genau, ich denke mal in den Garten Aber warum hast du eine Mauer und den Eiszaun benutzt? Irgendwie komische Passt irgendwie gar nichts zusammen Also wenn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, hier macht man jetzt einen Strich durch und rechts ist Herbst, links ist Winter Aber Selbst das Ist nicht so gut möglich hier Ansonsten Hat er halt alles strukturiert, praktisch ist die Farm auf jeden Fall Hier ein kleines Statuen-Ding Also aufgeräumt hat er Sieht echt so weit Also ordentlich, praktisch ist die Farm Deko, natürlich mangelt es daran noch, aber ansonsten Ist doch schon mal gut aufgestellt hier Alles aufgeräumt, wenig erweitert allerdings Ein Feld ist ein bisschen wenig Und ja Komische Baum- und Buschverteilung hast du, muss ich sagen Ja, zwei Schmelzofen sind gut Ja Das war's auch schon mit der Deko Ich geb dir für deine Farm einen Ehrenpunkt Eins von zehn Nächste Farm Toto Level 41 Also wenn MZ-Erdin ein bisschen höher kommt Könnte man da halt noch Ja Ein paar Wege rein machen Allgemein ein bisschen mehr Deko Weil da war ja im Moment so fast gar nichts Ey, das ist ein interessantes Layout Mit der Mauer hier so quer runter Und dann hier einfach nach oben Das ist irgendwie interessant Das hab ich auch noch nicht gesehen Also dass man die Farm selber quasi mit seiner eigenen Mauer begrenzt Das ist neu Und den Platz hat er einfach offen gelassen Warum? Keine Ahnung Aber er ist offen Den Rest hat er sehr gartentechnisch dekoriert, muss ich sagen Also hier so ein Steinweg Sehr, sehr viel Grün Hier eine Deko Da eine Deko Und gib ihm Aber auch hier finde ich die weiße Mauer Eher unpassend Hier hättest du besser die rote nehmen sollen Also rot passt hier oben viel besser Gleich hier unten Ja Man, hier passt die Mauer auch nicht so ganz zu Hier wäre erbuscht der Fall gewesen Also wenn du die Option hättest Würde ich die Mauer gegen eine rote Mauer austauschen Die wird da definitiv besser zupassen Und hier beim Eingang Ja, den Zaun kannst du machen Aber es würde mehr Sinn machen, wenn du auf beiden Seiten so eine Art Eingang hast Ich weiß, du wolltest hier das hier begrenzen Aber der Zaun nur unten Das sieht ein bisschen komisch aus Vor allem, weil du ja auch hier die Hecke hast gegenüber Und dann hier der Zaun Das ist dann irgendwie ein bisschen too much, weißt du Dass du da ein bisschen einheitlicher wirst Entweder machst du hier eine Hecke raus Oder machst du hier einen Zaun vor Dass du das noch ein Stück nach hinten verschiebst Könntest du ja machen Würde dann schon mal ein bisschen besser aussehen Und die Felder hat er in so einem Uh, ne, U ist das nicht Was ist das? Ein C? Warum? Weiß ich nicht Aber Sieht spannend aus Ja und dann hier drin halt, wie gesagt, so Gartendekoration Beziehungsweise allgemein Hier und da mal eine Deko Ein paar Blumen Ist auf jeden Fall ein schönes Feeling Sieht auch gut aus Passt jetzt nicht unbedingt jede Deko Zu jedem Ort Wie jetzt hier zum Beispiel Hier die Schweinestatue Oder die Blumen Die passen jetzt nicht unbedingt Zum Schmelzofen oder Juwelier Beziehungsweise das Pferd Das passt da Das passt da auch überhaupt nicht hin Also über die Standorte Der Deko, Rationen Und eventuell auch der Tiere Oder sonstiges Kann man sich noch streiten Aber an sich ist das hier eine Coole Idee Klein aber fein Nichts Großartiges Besonderes Was einem direkt ins Auge fällt Aber Hier fühlt man sich wohl auf der Farm Wenn du hier auf die Farm kommst Dann denkst du dir Ach Hier bleibe ich erstmal einen Tag So So eine Farm ist das Hier fühle ich mich wohl Hier werde ich gekuschelt Hier werde ich geliebt Und Hier bleibe ich Warum die Laternen hier bei den Eseln Bei den Eseln Ja Bei den Ziegen steht Weiß ich nicht Auch sehr komisch Aber wie gesagt Die Platzierung der Dekoration sind Obwohl halt überall so Random Laternen stehen Aber bei den Ziegen Fällt dann das irgendwie direkt auf Das war jetzt die erste Laterne Die dich gesehen hatte tatsächlich Ja nicht die erste Aber Die erste richtig auf Die aufgefallen ist Aber okay hat überall so Random Laternen Okay dann lassen wir ihm das durchgehen Ist sowieso ganz gut Wenn alles mal beleuchtet ist Auch wenn es kein Dark Mode gibt Aber trotzdem ganz gut Ja die Hundekatzen haben Ein kleines Gehege bekommen Ein bisschen zu klein Aber sieht trotzdem Ganz gemütlich aus Ja Toto Ich gebe dir für deine Farm Natürlich erstmal hier Abzug Weil du hier unten nicht dekoriert hast Aber das kannst du ja doch alles Ein bisschen in die Länge ziehen Ich weiß nicht warum du das unbedingt So auf einen engen Raum gemacht hast Finde ich ein bisschen schade Hättest du alles echt mal Ein bisschen länger ziehen können Ein bisschen schöner Größer machen Also es ist eine schöne Farm Die sieht praktisch aus Und auch so gut und entspannt Das Besondere fehlt Und wie gesagt Die Dekoplatzierung sind Oft random Aber es ist nicht so random Dass es kacke ist Deswegen gebe ich dir für deine Farm Eine 2,5 Von 10 Nächste Farm Happy Mango Level 55 Nichts zu verwechseln Mit Happy Apfel Oder Happy Banane Die ja noch in späteren Parts kommen werden Nein Das ist Happy Mango Und auch nicht Happy Fruit Auch nicht zu verwechseln Alles unterschiedliche Personen Alles unterschiedliche Farm Hier jetzt erstmal Happy Mango Und wir kommen von einer Etwas durcheinander Parktechnischen Farm Zu einer Robin Farm Nenne ich die jetzt einfach mal Strukturiert Praktisch Alles hat seinen Platz Seinen Ort Und Ja Es funktioniert halt einfach Ob das schön ist Muss natürlich jeder selbst wissen Also hier haben wir erstmal Massentierhaltung Mit weißen Pflanzen dazwischen Weißen Blumen Ob das gut ist Weiß ich nicht Hier unten Der Herbstzeltbereich Den finde ich cool Ist leider ein bisschen klein Aber ansonsten Finde ich das ganz gut Hier das sieht aus wie so ein Herz Dieser Weg Ich glaube es war nicht gedacht Dass es ein Herz sein soll Aber es sieht aus wie ein Herz Finde ich Das ist der Schreckerschwein Was mich oft genug schon erschrocken hat Hier in Hayday Und ein Swimmingpool Ja es ist aber ein bisschen Warum ist hier so ein Riesenloch Das verstehe ich schon nicht Die Pferde Alttiere Sind zwar eingeknastet Aber Irgendwie gefällt mir das Tierdesign nicht Also bei den Hunden Katzen und so hier Sieht das ein bisschen zu eng aus Und bei den Pferden und Eseln Also erstmal auch zu eng Und zweitens verstehe ich diesen Weg auch hier nicht Der hier einfach so durch geht Ja zum Wasser holen vielleicht Aber Hä warum geht das dann zum Esel Das verstehe ich nicht so ganz Finde ich ein bisschen komisch Hier so ein Liebesbereich Park ähnlich Honigbienen Felder Die Greg Meerjungfrau Auch richtig gut Vier Schmelzöfen hat er schon Und dann hier oben die Gebäude Ja Also Schon einiges dekoriert Aber Ich finde Was bei der Farm Sehr negativ ist Dass du Du hast ja viele Bereiche gebaut Und die Bereiche harmonieren aber nicht untereinander Ein Beispiel Ich jetzt hier bei dem Herbstbereich bin Und ich gehe ein Stück runter Selbst der Swimmingpool Und die Tiere harmonieren nicht zusammen Genauso wenig wie untereinander Auch mit dem Herbstbereich nicht Wenn ich jetzt hier hochgehe Ist natürlich Ein bisschen besser Weil alles Blumen Pflanzenartig sind Aber auch hier Die Tiere Dann hast du hier Ein anderes Gehege für Tiere gebaut Bäume Und hier hast du dann so ein Liebesbereich Ich meine klar Du hast das alles schon abgetrennt Alles so sein In Ordnung Sein Platz Aber auch dann hier In Kombination mit den Gebäuden Das passt dann Nicht so zusammen Das ist dann so ein bisschen Ja hier hast du was Da hast du was Aber Es fehlt so dieses Feeling Dass du Eine ganze Farm hast Du hast hier mehrere kleine Bereiche Aber dieses Feeling Dass du eine ganze Farm hast Oder dass alles zu einer Farm gehört Das fehlt hier tatsächlich Und ich denke mal Dass du das hinkriegen würdest Wenn du Entweder Einheitlichere Deko nimmst Heißt Weniger verschiedene Zäune Büsche und sowas Und Weniger Verschiedene Wege Wobei du hier ja sowieso Nur drei Arten von Wegen hast Was ja schon mal gut ist Oder halt auch Etwas näher aneinander Bauen könntest Das heißt Dass du nicht so riesen Lücken Zwischen den einzelnen Bereichen lässt Dass die dann halt quasi Zu einem anderen Bereich übergehen Was ziemlich cool wäre So von der Deko an sich Ist ganz gut Da kann man echt Nichts gegen sagen Ist jetzt auch Nichts so besonderes Ist halt alles so Strukturiert Hier steht eine Deko passend Da steht eine Deko passend Das will ich jetzt nicht sagen Dass das schlecht ist Obwohl ich den Friedhofszone Hier gar nicht kapiere Aber es sind halt so ein paar Dekorationen Die hier falsch stehen Aber ansonsten Von der Deko her Passt das so weit Aber so Die Kombination untereinander Ist halt ein bisschen Oh hier ist noch ein Fünfter Weg übrigens Habe ich eben gar nicht so gesehen Unterbewusst bestimmt wahrgenommen Sehr wahrscheinlich Ja Aber soviel zu deiner Farm Ich denke mal Wenn du das dann hast Und dann quasi Ein Team bist Mit deiner Farm Dann wirst du das hier Auch ganz gut rocken Den Eingang Also ich finde gut Mit den Laternen Hier den Eingang Aber auf der anderen Seite Hier der Kuhzaun Ich würde das weiter runter schieben Und hier Noch etwas hinbauen Was gut zu den Laternen Auf der anderen Seite passt Sei es Blumen Oder Vielleicht auch Bäume Ähm Das würde da ganz gut Auf der anderen Seite Da hinpassen Ja Happy Mango Ich gebe dir für deine Farm Eine 3,5 Nächste Farm Haben wir Louis Level 72 Wir gehen hier ganz langsam Nach oben Wir haben heute übrigens Hier in dem Part Bisher den höchsten Im Level Der sich angemeldet hat Aber dazu gleich mehr Louis Road to Level 80 Als er sich angemeldet hat War er tatsächlich Road to Level 70 Da schon Also Drei Level hochgegangen Oder vier Ja Schon ein kleiner Kleiner Unterschied hier Hat aber nicht nur Leveln im Sinn Sondern auch hier Dekorieren So wie es aussieht Also das ist auch wieder Eine etwas Park Garten Ähnlichere Farm Aber es ist auch schon wieder So viele verschiedene Wege Das ist ja echt gar nichts für mich Also klar will man einen Park bauen Und sowas Aber in keinem Park Es sind so viele verschiedene Wege Also ihr könnt mir gerne mal einen schicken Wenn ihr einen kennt Aber Das ist schon krass manchmal Auch Zäune Und Zäune Ja doch Auch Also Das ist mir schwer Also viel zu viele verschiedene Wege Viel zu viele verschiedene Zäune Die hat einen kleinen Ja was ist das eigentlich Ich dachte Das wäre ein Friedhofsbereich Wegen Das verstehe ich hier überhaupt nicht Warum ist hier Lagerfeuer Spinnenweg Unten Steinweg Und dann noch Zuckermühle Nähmaschine Und Grill Wie passt das zusammen Das verstehe ich nicht Wer hat da Tiere Da die Küken Die sind süß Werde ich auch bald haben Die Tiere hat er getrennt Das finde ich schon mal gut Parkbank hier Dixi Klo Der Eingang zum Schiff ist ganz gut Jetzt nicht übertrieben Aber Übertrieben gut Aber auf jeden Fall passend Hier die Bäume Apfelbäume Ja Amine schon etwas zugebaut Dixi Klo für die Arbeiter Macht Sinn Wenn die mal da die ganze Zeit Gehockt haben Dann können die auch direkt Aufs Klo gehen danach Macht ja Sinn Ein Riesenrat im Garten Erkennt es nicht Habe ich auch häufiger Gartenzweckpolizist Ui Katzenhunde Hier im eigenen Bereich Also ich finde das Schon gute Ideen hier Aber Einheitlichere Wege Und Zäune Wären da schon hilfreich Auch hier bei den Bienen Guck mal Hier Hier ein Zaun Da so ein goldenen Weg Ein weißen Weg Ein Hufeisen Ja Laterne Normaler Zaun Also was Was noch Was noch Du brauchst auf jeden Fall Keine Umrandung für die Statuen Kann sie wegmachen Das sind doppelt Das sind zwei Zäune Hier neben den Schafen Das ist auch überflüssig Der geht auch ins Nichts Er hat ein paar Gebäude versteckt Dann hier nochmal So eine Art Spielplatz Also was er nochmal Aber Ja Ein Spielplatz Ein Spielplatz Ein Spielplatz Tiere Hier Bäume Büsche schon wieder Und dann war es das auch schon Mit der Farm Was ist hier Also Hä das verstehe ich auch nicht Das ist ein Friedhof sein Ne Was ist das denn für ein Friedhof Hier fehlen die Grabsteine Also die Farm Musst du echt nochmal aufräumen Louis Also hier so viel Was man nicht versteht Oder was auch Gar nicht so zusammenpasst Ähm So beim ersten Drübergehen habe ich gedacht Oh coole Farm Aber wenn man sich das alles Mal so genauer anguckt Dann Ja Muss noch ein bisschen was ändern Also ich gebe dir für deine Farm Eine Drei von zehn So Nächste Farm Ist Chamäleon Und das ist der höchste Angemeldete bisher Level 284 Mal sehen was er auch für uns Hier auf Lager hat Level 284 Höher als ich Auch noch nicht Level 300 Aber In dem Fall höher als meine Farm Er hat auch die Hayday Buchstaben Das ist cool Ich finde das cool Wie er das mit den Wegen gemacht hat Das ist natürlich grausam Für Weizenfarm Wäre für mich überhaupt nichts Aber es sieht irgendwie cool aus Hier mit den abwechslenden Ähm Faden dazwischen Schon nice gemacht Muss ich sagen Den Eingang verstehe ich nicht so ganz Ist ein bisschen Unnötig eigentlich Ich meine er geht ja auch nirgendwo hin Also klar geht er jetzt hier Quer hoch und so Ja okay Dann geht er doch theoretisch irgendwo hin Aber direkt Meine Hier ist ja nichts Also auf der Seite verstehe ich das immer Weil hier ist ja so eine Einkerbung irgendwo Ich glaube das ist hier wo er den blauen Weg hat Ähm Aber dann hätte ich das wenigstens auf einer Höhe gemacht Damit man das genau sieht Dass das Von der anderen Seite auch noch darüber geht Ähm Ja schon einiges los hier ne Da hätte ich nochmal einen großen Bereich für die Tiere gemacht hier Hunde Katzen Der mir echt ein riesen Spielplatz Das finde ich cool Aber ich hätte hier keinen Zaun genommen Ich hätte hier eine Hecke genommen Hecke oder Blumenhecke Hätte das alles nochmal ein bisschen so Verstärkt Ja auch wenn er das ist Park Ding Wohl ist es eher kein Park Ist eher so Blumen Grünzeug Dinger Ich kann es gerade nicht Ich finde da gerade kein Wort für Boah also Was ist denn hier los Das ist mir immer viel zu voll Also hier sind viel zu viele Bäume Zwischen Ich bin echt kein Feind von Bäumen Aber krass Guck mal jetzt Fast alles erweitert sogar Sich jetzt erst Das ist schon gut Aber Das sind mir hier echt zu viele Bäume Das ist schon heftig Ich meine ich finde das Das ist cool so Also das hier finde ich noch cool Mit den Gebäuden und Bäumen Kombinationen Auch der China Bereich ist cool Aber hier Also hier oben ist viel zu viel Baum Dann noch ein Spielplatz Einen coolen Hier so eine Campingecke Die Friturzzäune Die Friturzzäune passen Oh Batterie 5% Wir müssen uns beeilen Friturzzäune passen Echt gut zu diesem Campingfeeling Schon nice Ja cool Ja hier oben Auch richtig viele Also er mag auf jeden Fall Diese Mir fällt das Wort dazu nicht ein Aber ihr wisst was ich meine Das ist grüne halt alles Das feiert er echt direkt Also echt Echt heftig Ja krass Also hier oben sieht echt geil aus Also richtig prunkvoll So richtig grün Richtig idyllisch Das finde ich cool Selbst die Mine Also Oh Also das ist echt schon cool hier oben Auch das mit den Feldern Wie er es gelöst hat Hier auch am Rand hier runter Das sieht auch cool aus Ja gut der Eingang wie gesagt Da kann man sich drüber streiten Ich finde es nicht so gut Ähm Mit den Tieren hier Finde ich auch nicht so gut gelungen Irgendwie passt das mit den Tieren So überhaupt nicht Zu dem Rest der Farm Vielleicht liegt es an den Wegen Ich weiß nicht genau Aber es passt halt so Ich glaube da fehlen sogar die Bäume Ich meine wenn Hier so viele sind Dann fehlen hier die einfach Das ist halt so ein bisschen schade Und dann hier unten Pferde, Esel Ja Das ist die Farm Ja Chameleon Ich gebe dir für deine Farm Eine 7 Von 10 Was würdet ihr den Farm geben Schreibt es mal gerne in die Kommentare Wenn ihr auch mitmachen wollt Dann checkt auf jeden Fall mal das Anmeldeformular in den Kommentaren aus Äh in der Videobeschreibung meine ich Dann könnt ihr direkt mitmachen Also euch anmelden Dieser Farm eine Anfrage schicken Dann seid ihr dabei Genau Wir hatten heute Farm von Mr. Zridrin 1 von 10 Toto 2,5 von 10 Luis 3 von 10 Happy Mango 3 1,5 von 10 Warte mal Luis 3 von 10 Happy Mango 3,5 von 10 Und Chameleon Tagessieger Mit 7 Von 10 So Das war es für den Part Danke fürs Zusehen Leute Wünsche euch einen schönen Tag Hier Tagessieger Farm Sehr sehr idyllisch Also Eine sehr sehr gute grüne Farm Tja Haut rein Ciao Haui 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 Haui